Hallo ihr Lieben, grüß uns schon mal, Herr Pater, ich bin ein Psychologe, heute mal ein sehr spezielles Thema, also für manche ist es speziell, für andere ist es Alltag, Polarität in Schwulenbeziehungen. Und ich freue mich immer, ich weiß, dass auch viele in der, wie soll ich mal sagen, schwulen, queeren Community mich gucken, freue ich mich sehr drüber. Und da gibt es ja auch eine mega toxische Beziehung, so ist ja nicht. Und ja, genau, wie sieht denn das aus? Gibt es da auch männliche, weibliche Polarität, was ja meine These ist, sage ich mal. Aber ich sage auch immer wieder, ja, das war jetzt, also schwule Paare zu beraten, war jetzt nicht so meine Hauptklientel. Deswegen freue ich mich da immer sehr, was zu hören, weil ich auch da, glaube ich, noch ganz viel lernen kann. Hallo Christian, ich heiße Anna Tevkulow, männlich, Ende 30, schwul und wollte mit dir einige Gedanken zu Polarität in Schwulenbeziehungen und im Allgemeinen teilen. Anfangs hatte ich mich nur mit Toxik und Bindungsangst beschäftigt, das Thema Polarität ausgeklammert. Das Konzept der Polarität erschien mir im Widerspruch zu unserer Entwicklung der Gleichberechtigung. Und außerdem war ich durch mein Schwulsein allergisch gegen Rollenbilder überverständlich. Mein erster Schritt zur Annäherung war das Lösen der Polarität von einem biologischen Geschlecht, was man auch machen sollte, auch wenn es natürlich häufig übereinstimmt. Diese Unabhängigkeit kann man gar nicht oft genug betonen. Exakt. Mein nächster Klemmer war dann die scheinbare Dichotomie, also die schwarz-weiße Entscheidung zwischen männlicher und weiblicher Polarität. Aber wenn man sich überlegt, dass das evolutionsbiologisch entstanden ist, zwei Individuen einer Spezies mit zwei Geschlechtern sollen sich fortpflanzen. Ja, das sage ich ja auch immer wieder. Das kann man sich alles, wird ja auch in meinem neuen Buch vielleicht das auch machen, alles runterbrechen, auch auf die Forschung. Dann wird das Ganze plausibler. Und letzten Endes, selbst wenn man jetzt sagt, meinetwegen non-binary und dies und das und jenes, man kommt aus dieser Nummer mit der Polarität nicht raus in Beziehung. Das ist also meine ganz klare Meinung. Und die Homosexualität ist ja kein Widerspruch, denn es gibt seit Längerem auch evolutionsbiologische Modelle, die gleichgeschlechtliche Paare ebenso erklären. Das finde ich total spannend. Kannst du mir gerne auch mal einen Link schicken, wenn du da eine Studie hast oder so. Weil das muss ja irgendeinen Grund geben, weil so irgendwas, was so evolutionsbiologisch keinen Sinn macht, wird glaube ich nicht so stabil und ja auch zu so einem relativ hohen Anteil, sage ich mal, der Bevölkerung bestehen bleiben. Solche Paare sind Teil einer Gesellschaft, die andere unterstützen und somit die Weitergabe der Gene ihrer nahen Verwandten unterstützen, die zwar nicht die eigenen sind, aber genetisch sehr ähnlich, weshalb Homosexualität nicht von der Evolution ausgelesen und damit nicht verschwunden ist. Die gleichen Mechanismen der Anziehung, Sex und Fortpflanzung sind auch bei Homosexualität immer verärmenswert gewesen. Jetzt Gedanken zu mir und meiner Polarität als Homo. Meine erwachene Sexualität bestand aus dem Anhimmel anderer Jungs und Männer, die immer unerreichbar waren, da meine Sexualität ja falsch und abnorm war. Vielleicht hat das zu einem großen Anteil zu meinem Hang zur Co-Abhängigkeit und vielleicht auch zur weiblichen Polarität beigetragen. Ja, das ist immer so ein ganz wichtiger Punkt, das hat auch auf der Lesung noch jemand gefragt. Also man kann glaube ich schon sagen, also erstmal sind Plus, Minus, Bindungsangst, Verlustangst und Polarität sind zwei unterschiedliche Dimensionen. Aber die sind sicherlich nicht zu 100 Prozent unabhängig so. Ich würde schon sagen, dass der männlichen Polarität vielleicht der Minuspol so einen Tacken näher ist und der weiblichen, der Pluspol so einen Tacken näher. Aber das sind nur so energetische Erwägungen und jedes Geschlecht, jede Polarität hat gleich viel Power, hat gleich viel Kraft, ist gleich cool und wichtig. Und Co-Abhängigkeit sollte man auf jeden Fall abbauen, weil aus meiner Sicht ist sie eigentlich in keiner Polarität. Das wirkt eigentlich immer unpolar, aber beim Mann vielleicht noch, also bei der männlichen Polarität vielleicht noch mehr. Deswegen super Idee, das abzubauen, wie auch immer man sich da einordnet. Das wird auch immer ein bisschen abgetan mit Co-Abhängigkeit. Also die anderen haben ja schwere Probleme, aber ich bin ja nur Co-Abhängig. Co-Abhängigkeit ist einfach, macht dein Leben so viel schlechter. Du verdienst so viel weniger Geld, du hast weniger Erfolg. Also das ist echt ein totaler Bremsschuh, während Leute, die vielleicht narzisstisch sind, können unserer Gesellschaft trotzdem hervorragend, ich will nicht sagen, dass sie nicht leiden, aber die können lange Zeit hervorragend zurechtkommen, werden von der Gesellschaft gefeiert. Die Gesellschaft feiert ohne Ende Narzissmus, vergessen wir immer wieder, bis zum geht nicht mehr. Also das ist schon krass. Erst danach folgte ja Ende 20 meine erste toxische Affäre. Er starker Minuspol und ich Pluspol und Co-Abhängig und in der weiblichen Polarität. Dann folgte eine weitere Beziehung, die unteraktiviert war und trotzdem sieben Jahre dauerte. Ja, die sind ja oft sehr stabil. Keine Toxic, aber wir beide eher in der weiblichen Polarität, ich vielleicht ein ganz klein wenig männlicher. Ja, dann das nochmal. Das wäre so mein Gedanke dazu, das versuchen wir mal zu trennen, die unteraktiviert, überaktiviert, Bindungsstile und Polarität. Also ich würde das vielleicht so ein, das kann ich so ein bisschen als Feedback sagen, dass es vielleicht so ein bisschen sehr aneinander übergeht in deiner E-Mail. Da würde ich vielleicht nochmal mehr versuchen, das rauszuarbeiten. Kann man zum Beispiel Liebescode mal lesen. So, aufgrund der Unteraktivität und mangelnder Chemie. Also was natürlich schon stimmt, dass Unteraktivität kann ein Hinweis sein, auch auf mangelnde Polarität der Partner. Ja, tatsächlich, das ist schon richtig. Und mangelnder Chemie gingen sie auseinander, obwohl große Kompatibilität vorhanden war. Dann folgten, das ist ja gerade das Wesen unteraktivierter Beziehungen. Wenn ihr das nicht kennt, habe ich auch ein Video dazu gemacht und steht auch im Liebescode, dass sie kompatibel sind, aber nicht unbedingt polar. Dann erfolgt ein drei Jahre toxisches Drama mit meinem Ex. Ja, dann wolltest du wahrscheinlich mal wieder das Gegenteil haben. Er war sehr in der männlichen und nicht sehr in der weiblichen Polarität. Er minus, ich plus und co-abhängig. Nachdem ich den Liebeschiffweg mit verschiedenen Modulen begonnen habe und jetzt nach der Wüste wieder zu daten beginne, Wüste ist so ein Begriff aus meinem dritten Buch, Neue Dimension der Liebe, schätze ich mir die Frage nach meiner wirklichen Polarität. Sehr spannend, also vor allen Dingen, wenn man die Co-Abhängigkeit abgebaut hat, weiß man ja erst so richtig, wer man wirklich ist. Da kommt häufig eine ganz andere Persönlichkeit raus, als man dachte, wenn man wirklich ist. Das wird sicherlich eine spannende Reise. Vor kurzem hatte ich eine Affäre mit einem Mann, der sehr in der weiblichen Polarität war. Ich fand ihn nicht attraktiv und außerdem zeigte er den Hang zur Liebessucht und war extrem nidi. Wie gesagt, diese beiden Punkte müssen wir mal trennen. Für dich wäre mal spannend. Mann in der weiblichen Polarität zu daten, der nicht nidi ist und liebessüchtig. Ich weiß auch nicht, also ich höre viel von toxischen Beziehungen in der schwul-queeren Szene. Ob das jetzt mehr ist als bei Heteros, habe ich überhaupt keine Ahnung. Wer das weiß, kann ja gerne mal schreiben. Kann natürlich sein, weil das, wie gesagt, diese ganze, soll ich mal sagen, die sexuelle Entwicklung ja häufig viel dramatischer, traumatischer ist, wenn das nicht so den gesellschaftlichen Erwartungen entspricht. Könnte das auch ein Punkt sein, keine Ahnung. Das rückte mich kurzzeitig in den Minusboden und ich beende diesen Kontakt instinktiv, fühle ich mich zur weiblichen Polarität zugehörig und habe jetzt erstmal den weiblichen Datingkurs gemacht. Ja, das ist auch, was ich immer empfehle für queere Menschen, dass sie eben den Kurs machen mit der entsprechenden Polarität. Mit diesem bin ich zum großen Teil sehr in Resonanz. Okay, allerdings kann ich mich nicht mit allen Aspekten der weiblichen Polarität identifizieren. Was auf mich zutrifft, ist das Nähere, das Verständnisvolle, ein wenig das Versorgende, das Gebende. Durch meine Entwicklung zur Selbstliebe und der Eigenständigkeit, die ich mit den Kursen erarbeitet habe, entdecke ich auch mehr und mehr Anteile meiner gesunden Ego-Anteile. Ja, das sollten aber auch Menschen in der weiblichen Polarität entdecken. Du kannst als Frau wirklich komplett abgegrenzt, tough sein und trotzdem voll in der weiblichen Polarität. Und das ist auch das Ziel, denke ich. Also da wäre, glaube ich, wichtig, dass das nochmal mehr Trends. In den Gradlinien will ich eine Mission, Entscheidungsfreudigkeit, emotionaler Unabhängigkeit, Verteidigung meiner Grenzen und Meinungen. Trotzdem finde ich immer noch Männer attraktiv, die in ihrer männlichen Polarität sind und in der weiblichen Törne mich nicht an. Auch finde ich männlichere Körper attraktiver. Aber ich würde sagen, ich habe körperlich auch ein eher männliches Erscheinungsbild. So klar kann ich mich jedenfalls bis jetzt noch nicht einer Polarität zuordnen, tendiere aber eher zu weiblichen. Ja, also finde ich super, wenn ihr das so erforscht, wen das betrifft. Und das kann alles gut sein. Das sind auch Sachen, da bin ich, also ich bin da super neugierig, weiß es wirklich nicht. Könnte mir auch vorstellen, in queeren Beziehungen, dass vielleicht so in einer gegebenen Beziehung schon eine klare Aufteilung ist. Aber vielleicht wechselt man da eher. Vielleicht ist das auch schwieriger festzustellen. Ja, da muss man sicherlich noch viel mehr gucken, wenn man sich für dieses Konzept interessiert. Aber ja, freue mich, wenn ihr mir da schreibt. Also da habe ich auch so Wissenslücken, sage ich mal. Ich weiß auch nicht, wer das weiß. Ich glaube, da gibt es noch viele Wissenslücken. So, ich wollte gerne drei Hypothesen mit dir teilen. Erstens denke ich, dass ich im letzten Drittel des Liebeschiff-Weges einfach noch ausprobieren muss, welcher Polarität ich zugehöre. Ja, das denke ich auch. Und das wahrscheinlich sehr häufig vorkommt, wenn man durch toxischen Co-Abhängigkeit jahrelang von sich selbst abgelenkt war. Absolut. Und denk bitte nicht, guck auch mal unbedingt in mein neues Buch dann rein, denk bitte nicht, dass die weibliche Polarität in irgendeiner Weise schwächlich ist. Das ist abso-fucking-lutely in Ordnung. Das ist genauso stark wie die anderen. Ich vermute, dass viele Gay-Männer der 80er-Jahrgänge und früher ebenfalls wegen einer erschwerten Entwicklung ihrer Sexualität Probleme haben, sich in einer Polarität sicher wiederzufinden. Kann mich total vorstellen. Zweitens denke ich, dass Polarität ein Konzept ist, was für Heteros und Homos gleichermaßen stimmt. Aber der Unterschied zu uns Homos ist, dass wir nur ein biologisches Geschlecht haben. Aber es gibt doch 500 biologische Geschlechter. Nein, Spaß. Und deshalb vielen die Zuordnung schwerfällt. Ja, das glaube ich auch. Das ist echt schwierig, weil es gibt eigentlich verschiedene Layer. Also es gibt den Layer Polarität. Dann gibt es den Layer Bindungsstile. Also was so Dating-Entscheidungen angeht. Dann gibt es den Layer Optik irgendwie. Und du kannst zum Beispiel, nehmen wir mal ein lesbisches Paar. Du kannst als lesbisches Paar, als Frau, kannst du eine sehr feminine Optik haben, aber trotzdem von der Energie her in der männlichen Polarität sein. Das ist komplex. Ich glaube, das ist ganz schön komplex bei euch. Das ist, glaube ich, auch so. Aber das ist durchaus möglich. Kannst du dich, also das ist auch selbst, glaube ich, auch bei lesbischen Paaren sehr schwierig. Dann denkt man vielleicht, ja, ich bin hier eine Femme. Also das ist ja dann bei mir die Polarität. Und stellt dann aber fest, ja, ich kleide mich zwar als Form, aber innen drin bin ich das eigentlich gar nicht. Und das macht vielleicht manchmal auch das Dating schwierig, dass man vielleicht die Polaritäten auch nicht so klar identifizieren kann wie bei Heteros. Und vielleicht auch schwerer ist, dann das Richtige so rauszufinden. Mag sein, dass sich das mit der Genderentwicklung schon ändert, aber jedenfalls bin ich in einer Welt aufgewachsen, die sehr stark heteronormativ war und in der Gesellschaft noch viel stärkere Erwartungen an die Geschlechterrollen gestellt hat. Drittens denke ich, ja, man muss auch immer wieder gucken, was wir oft miteinander, durcheinander bringen, ist Gleichberechtigung, was immer richtig und gut ist, mit nicht gleich sein. Das sind halt ganz verschiedene Sachen. Man sollte Gleichberechtigung nicht dazu führen, dass wir alle gleich sein müssen. Das macht keinen Sinn. Drittens denke ich, dass Polarität sich in der Realität nicht immer so eindeutig manifestiert, wie man häufig denkt. Natürlich muss man bei der Erklärung immer plakative Beispiele nennen, um es anscheinendlich zu machen, muss eine solche Erklärung immer etwas polarisieren. Genau, das wird dann manchmal nicht so heiß gekocht. Vor allen Dingen, weil ja auch, hatte ich ja unter dem letzten Polaritätsvideo wie immer, hatte ich auch wieder tausend Kommentare, wo dann stand, ja, aber da geht es doch nur um sexuelle Anziehung, dann denke ich immer, Leute, guckt hier meine Videos eigentlich nicht. Ja, natürlich, sage ich immer wieder, Polarität geht es nur um sexuelle Anziehung. Und das sollte vielleicht nicht mal der wichtigste Punkt in der Beziehungswahl sein, aber ich weiß nicht, ich mache manchmal, manche Kommentare lassen mich immer verzweifeln, dass ich nicht mehr denke, haben die das Video eigentlich vorher geguckt oder, weil ja, für lang einhaltende Beziehungen ist manchmal Kompatibilität, wie wichtiger, aber ich sehe mich halt als, vielleicht falsch, aber ich sehe mich als High-Performance-Coach, der euch helfen will, dass ihr in gewissem Maße beides kriegt. Das ist vielleicht nicht hundertprozentig möglich, aber naja. So, ähm, ich denke, dass es ähnlich wie bei Graden zwischen Homo- und Bisexualität viele Ausprägungen gibt. Ja, definitiv, definitiv. Und das kann sich auch, das ist ja auch so ein Thema, wie erhält man die Polarität in Langzeitbeziehungen aufrecht, das ist manchmal auch schwierig, weil dann gleicht man sich ja schon so ein bisschen an. Ähm, äh, einerseits gibt es Paare, bei denen sehr klar auf einer Seite ist, ja, und vor allen Dingen auch in toxischen Beziehungen, muss man aber ja sagen. Andererseits gibt es auch Paare, bei denen jeder eine gewisse Menge an weiblichen, männlichen Anteil hat. Ja, sehe ich genauso. Wenn das dann gegenseitig gewichtigt ist, äh, dann kann auch Chemie entstehen. Ja, das ist ja die These, das sehe ich sehr unabhängig von Homo- oder Heterosexualität. Ja, ich bin froh, dass du mal die gleiche Meinung hast wie ich. Äh, aber ich bin da sehr lernt, auch wenn ihr eine andere Meinung habt, schreibt es mir gerne über ein formular auf libyschiff.de. Und, äh, vielen Dank für deine Gedanken, auch wenn das jetzt vielleicht nicht für jeden interessant ist hier, aber ich, wie gesagt, lief mir immer sehr am Herzen, die queere Community hier. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal.